Ich habe lange überlegt, ob ich über dieses Thema auf meinem Kanal hier spreche. Ob ich das Thema überhaupt anspreche. So wie die Medien zum Beispiel es in den letzten Tagen, Wochen, wenn nicht sogar Monaten und Jahren immer wieder versucht haben, unter den Teppich zu kehren, so steht halt dieser riesengroße rosa Elefant mittlerweile so demonstrativ und so unübersehbar im Raum, dass es eigentlich jedem wie Schuppen von den Augen fallen sollte. Und wenn England jetzt in den letzten fünf Tagen uns nicht Warnung genug sein sollte, dann weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, wohin hier wirklich die Reise noch gehen wird. Und damit herzlich willkommen in meiner kleinen Urlaubsnachrichten-Küche, möchte ich jetzt einmal sagen. Denn wie die meisten von euch wissen, befinde ich mich gerade im doch durchaus beschaulichen Sachsen. Denn morgen ist mein Interviewtermin und das habe ich zusammen mit meiner Familie quasi so geplant, dass wir hier auch einige Tage in Sachsen verbringen können. Wir waren schon in Pirna, aber erzähle ich euch gegebenenfalls irgendwann später nochmal davon. Auf jeden Fall, worum es mir heute in diesem Video geht, ist, dass meine Timeline bei X mittlerweile so voll gestrahlt wird, so voll ist von Informationen aus England, dass ich mir gedacht habe, oh, was geht da denn jetzt eigentlich ab? Also jeder von euch wird es mitbekommen haben, was da in England passiert ist und was letztendlich zu diesen ganzen mittlerweile Aufständen in mehreren englischen Städten geführt hat. Und für alle die, die es nicht mitbekommen haben vor fünf, sechs Tagen, hat ein, und ich sage jetzt alles mutmaßlich und angeblich, weil auch in unseren deutschen Medien immer wieder davon behauptet wird, dass dies ja Fake News sein, ein in England geborener, 17-jähriger Mann, ruandischer Abstammung, möchte ich jetzt mal sagen. Also die Eltern kommen wohl aus Ruanda. Ja, mehrere Menschen verletzt, mehrere Kinder verletzt, drei von ihnen mittlerweile, wie sich jetzt herausgestellt hat, tödlich, weil sie bei einer Taylor Swift Party getanzt und gesungen haben und er sich davon anscheinend gestört gefühlt hat. Ja, und dann, was macht man im besten England aller Zeiten? Man zückt das Messer und dreht völlig durch. So, auf jeden Fall gab es danach ja eine Trauerkundgebung, ich glaube, einen Tag später gab es eine Trauerkundgebung und auch dort, ja, stellte man einen Mann, bewaffnet mit weder einer Machete oder auf jeden Fall einem ziemlich langen Messer. Ja, und das letztendlich führte dann dazu, dass das den Tropfen, dass das das Fass zum Überlaufen gebracht hat. So muss man das ja einmal sagen. Also für unsere Medien, also für die öffentlich-rechtlichen Medien, war das vor fünf, sechs Tagen erst mal gar keine Meldung wert. So, bis es dann letztendlich zu den Aufständen gekommen ist. Da war es dann plötzlich, ja, eine Meldung wert und die Verteidiger des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sagen immer wieder, und hier ist zum Beispiel auch ein gewisser Herr Polenz zu nennen, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen ja hier ganz genau abwägt, was dann quasi gesagt werden muss und was nicht. Ja, der Deutsche muss ja nicht wissen, was überall in der Welt passiert. Ja, so kann man das natürlich auch interpretieren. Als der Deckel aber nicht mehr auf dem Topf zu halten war, ja, da ging diese ganze Relativierung, das ganze Aufbauen eines Narrativs mit, ja, das sind ja Übergriffe von Rechtsradikalen oder Rechtsextremisten in England, ja, da ging das dann halt so wieder los. Und das kennen wir hier in Deutschland. Also alles, was gegebenenfalls nicht ins Narrativ passt und sich gegen eine bunte und tolerante und offene Gesellschaft zu wehren scheint, ja, das ist alles rechts. Das ist alles rechtsextrem und am Ende ist das alles auch rechtsextremistisch. Ja, und in England? Ja, in England sieht das ja letztendlich nicht anders aus, ehrlich gesagt. Also, der BBC ist jetzt auch nicht unbedingt das Pendant zu den Öffentlich-Rechtlichen, möchte ich einmal sagen, aber auch dort war die Meldung eher untergeordneter Natur, zumindestens am Anfang. Bis sich irgendwann der neue Premierminister zu Wort gemeldet hat und gesagt hat, also jetzt in seinem längeren Statement kurz zusammengefasst hat, dass er auf jeden Fall die Muslime in England beschützen würde. Das goss noch mal Öl ins Feuer. Und zwar so massiv, dass es mittlerweile dazu gekommen ist, dass sich die bis vor Jahren oder Monaten, sage ich mal, noch spinnefeindlichen Katholiken und Protestanten in England, und die Älteren von euch, die kennen noch den Nordirland-Konflikt, dass die gemeinsam auf die Straße gehen, dass die gemeinsam ihre Flaggen schwenken und dass die gemeinsam protestieren. Und das sind in den Augen unserer Medien alles Rechtsradikale. Und ich persönlich dachte eigentlich, dass wir solche Bilder vor allem in den nächsten Jahren erst mal aus Frankreich sehen werden. Wenn es nicht unbedingt Frankreich gewesen wäre, dann wäre es Schweden gewesen. Denn beide Länder haben ein massives Problem mit der Migration. Auch England hat letztendlich ein massives Problem mit der Migration. Nur, dass da, so dachte ich zumindest, es alles ein wenig anders läuft. Denn wenn man jetzt einige Wochen und Monate zurückgeht und die Wahlen in England betrachtet, dort hat sich die Gesellschaft stillschweigend verändert. Also da wurden dann auch Muslime, auch Radikale, in die Stadtparlamente, in die Kreisparlamente dort gewählt und stellen teilweise auch in manchen Regionen den Bürgermeister. Aber dass es nun so kommt in England, habe ich persönlich ehrlich gesagt auch nicht erwartet. Und dass es so gekommen ist, sollte für uns hier in Deutschland eine Warnung sein. Und zwar eine eindringliche Warnung. Denn auch wir hier in Deutschland erleben jeden Tag, also wenn man den Medien glauben mag, beziehungsweise wenn man da die Nachrichten liest, dass es immer wieder Einzelfälle zu geben scheint. Ein Einzelfall in der Stadt, ein Einzelfall in der Stadt und dann gibt es noch ein halbes Dutzend Einzelfälle in anderen Städten. Meistens spielt da ein Messer eine Rolle. Und auch wieder die Älteren unter uns, die kennen es noch, wenn man sich mal geprügelt hat und jeder von uns hat sich wahrscheinlich in seiner Kindheit mal geprügelt und auch als junger Erwachsener vielleicht. Da wurde so lange gemacht, sage ich mal, bis einer der beiden Kontrahenten am Boden lag. Und das war es. Und da hat man keine Waffen eingesetzt. Also zumindest ist es mir in meiner Zeit von damals nicht bekannt gewesen, dass man irgendwie mit Messern, Macheten und Knüppeln aufeinander losgegangen ist. Und vor allem, wenn ein Kontrahent am Boden lag, dann war es vorbei. Dann ist man danach gegebenenfalls im besten Falle aufgestanden, gesagt, alles klar, man hat eine Abreibung kassiert und dann ist man zusammen Bierchen trinken gegangen. Und dann war das Thema erledigt. Heutzutage wird gefühlt sofort das Messer gezückt. Und wir sehen es auch immer wieder und immer wieder und immer wieder, dass quasi die Nachrichten voll mit diesen Meldungen sind. Und wie gesagt, unsere deutschen Medien, die versuchen, das alles in ein gewisses, ja, wie soll ich das sagen, mit einem gewissen Narrativ zu umschreiben oder gewisse Dinge vielleicht auch wegzulassen, die für den Kontext in dieserlei Hinsicht wichtig sind. Und der Innenminister von Nordrhein-Westfalen sagt es ja jetzt zum Beispiel auch, dass in Zukunft die Nationalität der entsprechenden Angreifer auch genannt werden soll. Er nennt das Transparenzoffensive. Allerdings diese Transparenzoffensive, die kommt halt zu spät. Denn jeder, wirklich jeder, der jetzt nicht irgendwie unter einem Stein lebt oder nicht lesen kann oder von der Außenwelt nichts mitbekommen möchte, der weiß, dass wir hier ein massives Problem vor allem mit einer gewissen, einem gewissen Klientel, möchte ich jetzt einmal sagen, aus einer gewissen Region dieser Welt, ja, wirklich haben. Und daher kann man halt auch nicht mehr einfach nur von einem Einzelfall sprechen, wenn ein solches Problem systematisch immer wieder auftritt und symptomatisch für eine ganze Bevölkerungsgruppe wird. Dann ist das kein Einzelfall mehr. Dann ist das die Regel. Und wenn dies die Regel ist, dann sollte man dies auch so ansprechen. Denn nur wenn man Probleme anspricht und auch benennt, kann man etwas gegen diese Probleme auch tun. Klipp und klar. Wenn man immer nur wieder die Symptome eines Problems anspricht, wenn man immer nur wieder versucht, drumherum zu schwafeln, dann funktioniert das nicht. Und ja, einige von euch werden jetzt auch sagen, ja, Matthias, warum sprichst du das Problem dann hier nicht ganz direkt an? Warum sagst du denn nicht, was hier Phase ist? Was, na, sprich doch mal Tacheles. Und ich sehe das auch in meinen Kommentaren. Wenn ich das hier mache, was meint ihr, wie lange dieser Kanal hier noch existieren würde? Deswegen versuche auch ich hier ein wenig, ich möchte mal sagen, neutraler zu reden und auch ein wenig neutraler zu agieren. Denn, ja, wer die Wahrheit sagt, auch in diesem Land, der braucht ein durchaus schnelles Pferd. Aber wenn hier eine Politik verfolgt wird, unter dem Schlagsatz, es kann halt nicht sein, was nicht sein darf, dann ist es kein Wunder, dass uns jetzt gerade hier in Deutschland, aber vor allem auch in England, den Engländern massivst auf die Füße fällt. Denn wenn man bei uns in den sozialen Medien und mit uns meine ich jetzt den sozialen Medien, in denen die Beiträge auf Deutsch stehen, schon zu lesen bekommt, dass wir eigentlich nur noch die Wahl haben zwischen Remigration und Bürgerkrieg, dann sollte England uns eine wirklich eindringliche Warnung sein. Und damit danke ich euch wieder recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch allen noch einen wirklich, wirklich tollen, sonnigen Tag. Beste Gesundheit passt auf euch auf. Und ihr kennt es. Bin ich im Übrigen der Meinung, dass eine Regierung, die 68,8 Milliarden Euro und über 8.000 Projekten in 110 Ländern dieser Erde und 48,2 Milliarden Euro auf Grundlage der illegalen Migration hier in Deutschland ausgibt, aber uns allen sagt, dass wir nun alle den Gürtel enger schneiden und mehr Steuern zahlen sollen, einfach abgewählt gehört.